Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade, Folge... Oh, unsicher. 10? 9? Wir haben ja gestern 9 Stunden gezockt. Und heute ist quasi erst der richtige Release. Und dann gehen wir hier mal rein. Das heißt, ich kann auch die Kleidung und so vom DLC holen. Das werden wir jetzt als erstes machen. Und dann sind wir, glaube ich, am Anfang von Kapitel 3 gerade. Und sind auf dem Weg zu diesem komischen Schwert. Aber als erstes gucken wir uns mal die DLC-Sachen an. Ich hoffe, das ist auch was Sinnvolles. Hier, Erweiterungspass. Her damit. Jetzt erhältlich. Inhalte erhalten. Nippon Silbermünze. Oh, das ist viel. Oh, es gibt viel. Nippon Goldmünze. Maximal der Kapitel 25. 25. Bei Autoangriff treffend reduziert die Wut, die der Charakter auf sich gezogen hat auf 5%. Technik nur so eine Aufladung zu behalten. Noah-Farbe. Ah, Kleidung kann man noch im Spielverlauf freischalten. Krass. Juni. Oh. Das gefällt mir. Dreihaun der Spacken. Ist mir scheißegal. Lance. Auch cool. Senna. Auch cool. Das war's. Das. Ah, guck mal hier. Ah ne, hab ich, ne? Hab alles bekommen. Okay, ne, man hat alles bekommen. Und der zweite, der zweite. Der zweite DLC steht noch nicht fest. Aber guck mal, was ist das? Irgendwas maschinenmäßig, ne? Okay. Gut, dann guck ich mal, mit den Items kann ich anlegen, ne? KP und sowas, das ist schon krass. Ausrüstung, Dampfgurt. Guck mal, hier 20%. Und jetzt gibt's hier noch den mit 25%. BAM. Nochmal stärker. Agilität um 20%. Heilkraft um 20%. Können wir nämlich jetzt hier... Heilkraft um 25%. Blockrate. Maximale KP um 20%. 25%. Was hab ich noch gekriegt? Ach, das ist ja der Held. Oh. Stimmt, die haben wir ja dabei. Wie heißt sie eigentlich? Ich hab sie ja vergessen. Ethel, genau. Okay, dann gehen wir mal los. Ich nehm mal Noir. Müssen wir auch lang. Gehen wir wieder runter? Ah ja, genau, wir müssen zur Versorgung. Ich erinnere mich. Bei der Versorgung ist immer stehen geblieben. Oh, ich bin direkt wieder drin, Leute. Ich bin direkt drin. Direkt verwandeln. Und rein da. Ach, das ging ja schnell. Wie geht's dir heute, Nobu? Geht's dir heute besser? Will ich mich da einmischen? Das kann gute Erfahrungen geben, ne? Komm, misch wir uns mal drauf ein. Da mit ein. Voll das Acker-Match. Jeder gegen jeden, ey. Nippon-Münze? Noppon-Münze? Oh, ich glaub, wir nehmen die Noppon-Münze. Oh, ich glaube, wir nehmen die Noppon-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match. Stimmt, die haben wir ja letztes Mal auch verstärkt, ne? Oh, ich kann jetzt Mega-Drehung. Ah, Mega-Drehung. Da wär's gewesen. Geil. Nobu-Münze bekommen. Zum Mandel-Entzündung. Oh Mann, du Armer. Gute Besserung. Huge, gute Besserung. Oh Gott, da unten gehen wir nicht rein. Obwohl, die könnten wir eigentlich jetzt racken. Komm, das schaffen wir. Oh Gott, da unten gehen wir nicht rein. Dragontail. 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 Mahlzeit Schiffer. Dragontail. 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 Rippen! Applaus! I'll keep up the attack. Move it always, Noah. That was over way too soon. Hear that, Noah? Lance wants something a bit meatier. I guess this is fate too, huh? Oh, good thing we found this. Huh. Los, man kommt jetzt hier nicht hoch. Oh. Da ist noch ein Container, der wird bewacht von so einem Starkeren. Sollen wir den mal killen? Ich bin jetzt stark genug einfach, oder? Müsste jetzt eigentlich stark genug sein. Level 18? Dann sollte ich eigentlich hinkriegen. Dragontail! Okay. Phantom Slug! Wipeed! Drunk in Kyle! Front heel! Crash out! Phantom Slug! Rout of Green! Root heel! E-Sher! Troops getting rescued! Upper- Oh my God! This will keep me going! This should not be on the list of you. You're a lifesaver! Let's do it, Kyle! You need to go ahead. Bezwungen, oh das ging easy. Container aufmachen, wir müssen alles mögliche einsammeln, für diese krassen Edelsteine, für die krassen Juwelen. Ein Shiny würde ich ja nochmal nehmen. Grenzmauer Garten. Hey, wie lange soll der Kampf noch gehen, geh mal weg. Aha, da ist doch schon ein Kampf. Du fühlst gar nicht mit dem Protoklonisten, verstehe ich nicht. Belea passt die Party von seiner Waifu. Achso, ja, ich habe hier nur gerade gewechselt, ich gehe sonst nur auf den hier. Das war's für mich. Da ist doch schon ein Kampf. Achso, ja, ich gehe jetzt mal. Achso, ja, ich gehe jetzt mal. Achso, ja. Achso, ja, ich gehe jetzt mal. die mega drehung hause auch rein geil guter schaden ohnmacht der arme wolf ja gut da ich die jagd wolf zu easy äthel 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 Dank für den Lübben. Wieso ist das jetzt vertont und so? Hä? Das ist das einzige was ich immer überspringe, weil das ist nur die Animation, dass die abhauen. Heldenhandschuhe? Okay, müssen wir uns angucken. Ausrüstung. Drauf von Ohnmacht. Erhöht Geschick. Was ist Geschick? Was ist Geschick? Meine Güte. Was ist Geschick? Ich habe keine Ahnung, ich werde ihm das Geschick geben glaube ich. Was ist Geschick? Das war's für heute. DRAGONTALE DRAGONTALE Doppelcrew Itemliste gefunden Ein paar Blümchen einsammeln Geisterklematis Man weiß nie wofür man es braucht Ich sage es euch Gar keine Zeit Doch immer noch die perfekte Zusammenstellung Für die Berufe 5 Gegner sind da auf einmal krass Ich hoffe wir können das Oha Das ist viel Hallo Tatja Hallo Ekles Cool dass du wieder dabei bist Freut mich Oh ein Shiny Eher Es gibt eine wenige Junge Wunderbar Fight with Bacchae Ich weiß Ich weiß Ich will rein myself in Das ist das Ich nenne mich Meyer Dann Drah 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 Fertig! 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 Wenn du nicht aufs Spiels nebenbei auch, rett dich, das freut mich! Brauchen wir das Spiel Switch online? Nein Luca, das kannst du komplett offline spielen! Switch online braucht man nicht! Ich ging um die Medikamente. Distribute sie zu der Med-Team. Ja Mama! Warte! Nein! Oh! Ich bin zufrieden, dass du dich überraschst. Es war nur Zeitverstellung, weil man verliert keine Ressourcen, kein gar nichts. Ach! Hier zu sterben ist ganz, äh... uninteressant. Ich bin zufrieden, dass du mir auslöst hast. Nein, keine Angst. Wir... Dann, um deine Ressourcen zu verdienen. Komm, Polyaris! Komm! Äthel! Wir auf die Nerven! Ja! 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 Das ist mir. Nee, das ist Ethel. Und wir haben dich nicht richtig dankbar. Ha! So haben wir nicht. Oh ja! Ja! Silvercoat, Ethel. Wir wollen, dass du... Wir wollen, dass du... Ich kann gar nicht erkennen, die drei von dir. Abgeschlossen. Mut und Dankbarkeit. 10 SP. Cool! Klassenerbe. Bitte gib mir diese Klasse. Noah. Der wird sofort das gemacht. Ja! Ethels Klasse, nämlich sofort. Gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Laber nicht, gib mir. Okay. All the little jobs... Alter, wie viel kommt denn da noch? Alter Schwede. Wir sind noch ganz am Anfang, Leute. Aber ganz, 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 ganz am Anfang. Ich kacke ab. Alter, wir sind ganz am Anfang. Gibt's Mira und Pira? Ich kenn die nicht. Keine Ahnung, wovon du redest. Ob Blutung? Stärke, Schwäche, Blutung. Seitenangriff, die kriegt auch noch 50%. Und? Machen wir wieder von hinten. Scheiße, aber Blutung. Wir machen hier Beschleunigung. Geil. Geil. Geil, Leute. Das sieht zwar ultra scheiße bei dem aus, aber geil. Aber habt ihr gesehen, wie viele Klassen, alter Schwede, ist das Game groß? Ich komm gar nicht drauf klar. Du denkst, du bist schon ein Stückchen weit, ne? Aber wir sind noch ganz am Anfang. Aber sowas noch am Anfang sind wir. Geil. Erhole dich in den Kalonien. Komm, wir können den Dings, okay. Vielleicht. Erholen wir uns. Vielleicht gehen wir wieder baden. Das ist ja cool. Wann spielt er mit 30 FPS? Ja. Das sollte 30 FPS sein, ja. 20. Wie? Hä? Da stand 19. 20? Hä? Ich bin verwirrt. Sind jetzt manche auf 20 und manche nicht, oder wie? Okay, alle. Zeit, raus. Ein paar sind noch 20. Ihr wisst, was bedeutet. Ganz viel Neues. Oh, ho, ja. Pfff. Alter, es ist, es ist geil. Es ist geil. Techniken. Oh, ich hab gar nicht noch eine Technik. Das ist ja doof. Wie krieg ich denn noch eine Technik? Weiß man nicht, ne? Okay, egal. Talente ist was Neues. Äh, hat auch nichts. Wo krieg ich denn... Alter, da ist gar nichts. Der hat auch gar nichts. Das ist aber komisch. Hä? Juwelen, immerhin das. Juwelen, immerhin das. Ah, da ist ab 30. Ah, guck mal, ich hab doch Kleidung noch. Terra Uniform. Komm, nehmen wir auch das DLC Ding, ne? Nehmen wir das DLC Ding. auf. 10. 11. 11. 12. 12. Und dann, das ist sicher, dass wir in den Wagen noch nicht gut sind. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 11. 11. Ich denke noch ein bisschen ... ... kleiner, ich denke. Ah! Best bath ever! Hm? Hast du eine Dipp, Mimi? Es ist schön und warm. Uh, ich könnte heute überraschieren. Ich war wirklich ein schweig. Was? Wie kannst du eine Spannung aufzunehmen? Dann wieder. Ich denke, wenn du so schön bist, vielleicht ist es kein Problem. Bist du, äh ... ... über andere Leute sehen dich? Es gibt keine Möglichkeit, zu sein. Frau Ethel hat alles gedacht. Sie hat sogar geschafft, uns eine Tür zu geben, als der Spannung war. ... die empty ... Ah, ja ... ... das wusste ich. Was, wenn ihr mit ihren Flammenfeuerhaaren ins Wasser geht? Ich denke, wenn ihr mit ihren Flammenfeuerhaaren ins Wasser geht ... ... eine Dipp ... Atta, Mädchen! Okay ... ... warte auf mich. Okay, dann. Hab einen guten Abend. Und Gute Nacht! Ja ... Gute Nacht, Sanna. Dann dampft sie. Dann dampft sie. ... 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 Wenn du durch Abschließen von Missionen ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hilfreiche Harmonie. Ah, daher kommen die Harmonie-Bonis. Aha. Alter, wir müssen ja alles erledigen. Ich wollte sowieso mal gucken. Es gibt doch auch hier diese komischen Karten. Nee. Nopornregister. Stufe 55. Angenommen. Habe ich die... Ach, die sind schon beendet? Die sind schon beendet. Nur das hier ist noch offen. Wo sind diese komischen Karten? Ah, hier sind die Karten. Hier kann ich auch Sachen. Registrieren. Zack. Plus 30. Registrieren. Schwarze Maske. Guck mal, man kann es direkt nochmal registrieren. Aber es gibt dann nur noch 6. Oder wie? Das erste mal 30. Hier fehlt eine Schwarz-Kiwi. Oh, hier fehlt auch noch ein bisschen was. Okay, es heißt weiter viel einsammeln. Viel einsammeln. Oh, Junge, Junge, Junge. Guck mal, das eine Ding da oben ist schon fast voll. Der erste Stern. Ja, hier gibt es auch nochmal 10. Ja, hier gibt es auch nochmal 10. Was gibt es hier? Ah, habe ich so gewusst. Ich hoffe, dass wir das nutzen können. Okay. Haupthandlung fortsetzen, yes. Weiter geht die Haupthandlung. Why is it that you stick together? Given what's what, we pretty much have to. Considering how everybody attacks us on site now. At this point, I suppose, it just panned out this way. You really think so? That's not really how it looks to me. Well, one thing's for sure. We were sworn enemies once. Und zwar, wir haben alle die Willen, um in der jetzt leben zu leben. Before becoming Ouroboros, ich habe noch nie gehört. Aber diese Common Willen, es war ein Grund genug, um zusammenzukommen. Ich verstehe. Nicht jeder macht die Wahl, um zu kämpfen zu kämpfen. Lance sagte, dass du musst. Well, jetzt, jeder von uns muss. Du musst. Es gibt keine Frage, dass es besser wäre, wenn sie nicht. Deine Gehreinheit hat sich angefangen aus Necessität, aber jetzt, du hast es nach einem gemeinsamen Ziel. Und das, das könnte alles, was wir wollen. Und alles, was wir wünschen, das Weltkrieg sein könnte. Was wir wünschen, es könnte sein. Mio hat so eine krasse Typveränderung erfahren. Als wir die das erste Mal getroffen haben, war die richtig auf Agro und jetzt ist sie voll depressiv. Als nächstes wir hier sind, werde ich für das Kastel machen. Was? Du verletzt, ich bin der Kommander. Wir haben nicht gegen unsere Nation geflüchtet, also ich muss in den Nachrichten informieren. Ethel, bist du sicher? Oh, keine Angst. Ich werde dich ausziehen. Das ist nicht alles. Das Kastel, früher, wurde Möbius geflüchtet. War es, wenn du... Wenn du diesen Monster sagst, bist du sicher, dass ich das Risiko bewusst bin. Dann warum? Weil es meine Verantwortung für diejenigen, die ich anwenden. Wie für den Kastel, können wir sagen, dass er in einem Schaden ist. Und du kannst es nicht in der Nähe? Jetzt, dass der Kastel und der Flamme-Clocken sind beide verloren zu uns, ich muss einen Rapport machen, und nicht über die Komms. Ich muss auch mehr Requisitionen verwenden, auch. Und was, wenn... Was, wenn sie dich mit einem neuen Klocken befinden? Ha! Ich kann mich über das dann beschäftigen. Du bist gut mit dem, wirklich? Nicht zu uns, mit uns. Bleib zu deinem Weg. Fülle es, woher es dir leden kann. Leben ist kurz. Ich denke. Hey, während wir alle noch hier sind, noch ein Wort von Warnung. Hm? The Consul was attempting to remove you from the picture. In light of that, you'll likely come up against hostility. But listen, you should keep engagement to a minimum. Kevis or Agnes. That goes for both of them. But... If we break their clocks, just like with Colony 4 here, they would... Well, they would be free, wouldn't they? You'd do well to remember not everyone thinks the same as I do. Even within this colony. Many still haven't come to accept their new reality. Ah. To make things even more fraught, in other colonies, there are those who are more than willing to fight. As you'd expect. So it's no use appealing to their sense of compassion, or hoping they'll treat us fairly. Is that it? Hm. Yes. Precisely. You will change the fate of others just by virtue of coming into contact with them. It's quite the burden. You may not want the responsibility. A burden. Perhaps. All that said, you get embers on your coat, you have to brush them off. If push comes to shove, do not flinch. Do whatever it takes, for the greater good. I wish you all a smooth and fruitful journey. I find it cool, that you can also have the cutscenes in the cutscenes. That's very good. Or a Boris, huh? That's so a detail, what I always find. If only... We could have been there as well. Moin, Jack. Ich hasse Traion. Come on, guys. Ich will weiter. Hört auf zu quatschen. Ich will weiter. Ich will endlich weiter. Wenn die Flammenuhr einer Kolonie zerstört wird, dann ist diese Vorder von der Kontrolle des Konsuls befreit. In den befreiten Kolonien erhältst du neue Informationen. Finde ich gut. Wenn du eine Kolonie befreit ist, steigt die Alarmstufe der Nation, zu der sie gehört hat, Kevis oder Agnus. Die aktuelle Alarmstufe wird im Hauptmenü angezeigt. Je höher die Alarmstufe ist, desto mehr Patrouillen der jeweiligen Nationen wirst du beim Herumlaufen begegnen. Okay. Mithilfe der Harmonie-Diagramms kann es überprüfen, wie Koloniebewohner miteinander auskommen. Es zeigt darüber hinaus Details zu den einzelnen Personen an. Okay. Ich hoffe, das muss ich nicht studieren. Schön sammeln, Leute. Schön sammeln. Jeden Scheiß sammeln. Alles ist wichtig. Sammeln heißt Harmonie. Harmonie heißt Bonus. Bonus heißt Mehr Schaden. Oder Erfahrung oder sonstiges. Alles, was leuchtet, wird eingesammelt. Das wäre so ein richtiges Game für meine Freundin. Die liebt es nämlich, Sachen einzusammeln. Sie wird den ganzen Tag nur durch die Wüste laufen und die Sachen einsammeln. Den ganzen Tag, ich sage es euch. Darum ist das rotes. Oh, ich liebe die Attacke jetzt schon. Ja, komm. Und verbinden. Und rein da. Bam. Dragontail. Tag. Mal. Tag. Ag sugar. Atacke. Atacke. Tag. Tag. Ich kann mir vorstellen, dass ich die Klassen jeweils meistern muss, damit ich mehr Attacken bekommen, oder? Das kann ich mir vorstellen. Das machst du auch gerade? Alter, das war schaden. Stärk dich. Easy. Boah, das gab gute Erfahrung. Das gab gute Erfahrung. Also, was ich dir von gestern sagen kann, Eklis ist, und was ich heute an neuen Erfahrungen gemacht habe, sammle alles ein. Wirklich, sammle so viel ein, wie du nur kannst. Das hilft dir später so enorm und gibt dir so einen Boost. Sammle alles ein. Alles, was du siehst. Und jeden Shiny besiegen. Und diese Sachen auch immer machen für die Noppermünzen. Immer helfen. Noppermünzen. Immer. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, der Stufe 22, das sehe ich ja jetzt erst, wenn ich vielleicht nochmal überlegen sollen, ob ich den wirklich angreife. Der braucht auf jeden Fall gleich die schnellere Angreifen. Mit seiner Beschleunigungsangriffsgeschwindigkeit da unten ist gut. Das ist eine gute Kombi. Auch tot. Einer nur noch. Stärkung. Wie viele noch? Wie viele noch? Einer noch. Wo ist der? Da. Ach, geschafft. Ich gebe dem auf jeden Fall das Geschwindigkeitsding. Das hier. Ne. Hatte ich nicht so ein Geschwindigkeitsding? Das ist auch krass, ne? Erhöht Angriff von Auto-Attacks auf um 83%. Wenn man später mehrere Sachen tragen kann, wird das geil. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass es viel bringt, sich auch mal ein bisschen in der Gegend umzusehen, weil das vieles auch versteckt ist und so, sodass es Sinn macht, hier hinten in diese Ecke zu gehen, zum Beispiel. Und wenn man erstmal denkt, okay, hier ist doch nichts. Und wenn man hier rumgeht, ist nämlich doch was da. Zwei Elite-Gegner und dahinter eine Box. Zwei Elite-Gegner und dahinter eine Box. Geiler Schaden. Aua. Bezwungen schon? Ah, so, ja jetzt konnte ich ja noch dran, ne? Ah, so, ja jetzt geht's. Nächsten geschafft, was gibt so viel Erfahrung. Noch einer, dann hauen wir ihn auch noch weg. 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 Die Frage wäre, wie kriege ich die anderen Meisterattacken? Bestimmt muss ich die Klassen irgendwie leveln oder so. Was kann ich mir vorstellen? Das ist unsere erste Mal hier, oder? Die Zem-Kreuzung. Ein Shiny, das holen wir. Das Shiny holen wir auch. Boah, fast level 2. Oh Gott, da müssen wir auf jeden Fall drauf. Das Shiny holen wir auch noch weg. Das Shiny holen wir auch noch weg. Das Shiny holen wir auch noch weg. Schöne Items, schöne Items. Da ist er Shiny. 2.300 guter Schaden. Und weg mit dem. Schön. Nein, das ist ein Fragezeichen. Da gehen wir mal hin, oder? Fragezeichen bin schon gut. Das Steintor. Das Steintor. Ah, ups. Sorry. Ganz lecker. Ah, natürlich. Komm, komm ran. Geil. Wir nehmen wir auseinander. Oha, die haben wir auch ein hohes Level. Nichts, wir werden nicht. Ich denke, ich bin ein 小ischer Schadens. Das ist einfach alles. Wir kommen. Ja, die haben wir nicht so gut. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Utaelung. Ey, der eine da schläft die ganze Zeit voll gut, keine Ahnung wieso, aber voll gut. Phantom Sledge! Krass ja dafür, dass die 3 Level höher sind, sind die gar nicht mehr so stark. Einer nur noch. Easy, easy, wie viele Katzen hast du verpasst, also 3 oder 4. Wir haben die Mission von gestern zu Ende gemacht, wo wir diesen Container holen sollten und jetzt sind wir aus der Kolonie los weiter Richtung Schwert und jetzt sind wir gerade im Kampf. Und ja, wir haben eine neue Klasse bekommen, die von Ethel, die mit den 2 Schwertern. Pull back, I don't like our odds, they must be Silver rank at least. Your caution dulls your insights. Your crude fighting waste is almost all your potential. And you, good judgment, but you are a bad quitter. Guck mal, in der Katzen hat er nicht seine richtige Klasse. Ich hab dem eine andere Klasse gegeben. Okay, man kann auch nicht zu viel erwarten. Iota, nochmal eine neue Kolonie. Ja. 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 Das muss ich nicht. Das ist es, wenn ich nicht für dieses kleine experimentale. Du schlugst für deine Leben in vain, Urubaro's Criminals. Diese Leben werden meine, das ich versuche. Es sind ein paar morgens, wie wir uns gehört haben. Und Rude, Tabut. Wahrscheinlich, aber das könnte für eine lustige Rezeption machen. Was du denkst, dass du nicht die ganze Wahrheit wissen, ist, hm? Ich hoffe, dass du sie sagen kannst. Es sieht aus, dass wir sie verraten haben. Was? Sobald gesagt, unsere Feuze waren sehr gut verraten. Inelegant, wie in der Kriege. Sie sind in einem Stockpark, das ist wie sie verraten. Ich höre, dass sie sogar ihre Herzen mit anderen Kolonien haben. Die Herzen mit? Sie werden sie in der Zeit verraten. Sie haben Probleme mit uns. Was ich hier bekomme, ist, dass sie Probleme sind. Ja. Was? Silber eigentlich das höchste? Bestimmt nicht, ne? Es gibt bestimmt noch Gold und Platin und so. In diesem Fall. In terms of sheer power, they are the ones with the advantage. If we could just dismantle those Commando units, it would help. And it might give us an opening to strike. Yeah. But it basically allows us to avoid fighting as much as possible, right? I like that. No objections from me either. Personally, I'd hope we don't even meet them. Good to add more names. Okay Leute, das war's für die Folge. Like auf dem Video nicht vergessen. Kommentar da lassen. Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bye.